Musik Die mexikanische Rockband Mana packt die Koffer. Im Sommer startet sie ihre Rayando El Sol Tour rund um die Welt. Die Tickets dafür gibt es ab kommendem Wochenende. Musik In London sind derzeit Werke der südafrikanischen Künstlerin Sese Mbile Msezane zu sehen. Ihre Arbeit kreist um Themen wie Kolonialismus und die Geschichte schwarzer Frauen in Südafrika. Die Ausstellung mit dem Titel Speaking Through Walls in der Tyburn Gallery läuft noch bis zum 13. April. Und wer demnächst in Las Vegas ist, kann mit Janet Jackson tanzen. Metamorphosis heißt die viermonatige Show im Parktheater, die im Mai beginnt. Karten gibt's ab diesem Wochenende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017